Wir Menschen haben von Natur aus eine Vorliebe für den süßen Geschmack. Und deswegen haben sich viele antrainiert, einfach zu häufig und zu viel süße Dinge zu essen und vor allen Dingen auch zu viel Zucker zu essen. Und eine der besten Maßnahmen ist, seinen Geschmack für süß, seine Vorliebe für süßes Essen Schritt für Schritt zu reduzieren. Wir nennen das Geschmackstraining. Das Gute ist, diese Vorliebe ist nur antrainiert. Und ich kann meinen Geschmack Schritt für Schritt umtrainieren, indem ich immer weniger Zucker benutze, vielleicht vorübergehend ein bisschen Süßstoffe einsetze, aber auch langfristig möglichst mit wenig Süßstoffen auskomme, hin zu einem natürlichen Geschmack. Auch zu viel Süßstoffe sind unter dem Aspekt kritisch zu sehen. Ich würde also insgesamt empfehlen, ein Geschmackstraining zu machen. Das heißt, meinen Geschmack, meine Vorliebe zu süß, für süßes Schritt für Schritt umzutrainieren auf ein normales Geschmacksempfinden. Das heißt, meinen Geschmack, meine Vorliebe zu sehen.